UNTERTITELUNG ...als jede Amazone vor ihr. Fünfmal so hart. Zehnmal so hart. Lass nie deine Deckung fallen! Du erwartest deinen redlichen Kampf! Bis sie sogar besser ist als du. Aber sie darf niemals erfahren, was sie in Wahrheit ist. Was ist das hier? Wer bist du? Es ist unsere heilige Pflicht, die Welt zu verteidigen. Klar. Wer du auch bist. Du bist in größerer Gefahr, als du denkst. Sei auf der Hut, Diana. Wenn niemand sonst die Welt verteidigt, muss ich es tun. Willkommen im guten alten Landern. Es ist scheußlich. Ja, ist nicht jedermanns Sache. Bleib zurück! Oder auch nicht? Willst du mir sonst noch was zeigen? Was bist du? Ich bin Diana von Themyscira. Tochter von Hippolyta. Im Namen all dessen, was gut ist. Dein Zorn, den du über diese Welt bringst, hat nun ein Ende. Ja, das wird so nichts. Nimm bitte das Schwert runter. Passt überhaupt nicht zum Rest. Gar nicht. Dein Zorn, wenn man ja das ist, ist nicht. Alles, was ich will? Ja. Es ist nicht anders. Ich bin dabei. Es ist nicht in der Europa. Untertitelung des ZDF, 2020